Ach, mann, 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 mann. Ich glaube, der ist doch ein bisschen sehr einsam. Ich habe keinen Grund, dass ich dich hier bestellt habe. Ich habe dich nur gern um mich. Es war so klar. Übrigens, Abschluss? Achso, wir können... Ne, wir müssen das noch abgeben, die Mission. Da hinten steht sogar ein Leuchtturm, sehe ich gerade. Also auf dieser... dieser Fels, da vorne. Oh, stimmt. Also ich bring mal hier ab. So, bla bla bla, du hast Shades noch repariert und kannst endlich den Wurmwater ausfindig machen. Das ist voll. Was? Ich bin mit dem Job? Was? Ich bin... Boah, ich bin mir leveled. Ja, ich auch. Das hat so viele Erfahrungspunkte gehört. Ja, das ist nämlich der große Nachteil in diesem DLC. Wenn du es normalerweise im normalen Spiel zwischendurch einwirfst, dann hast du danach, wenn du die Hauptsache zurückkehrst, ein viel zu großes Level. Aber das kann doch nicht passieren, weil Schuss auf andere Spieler heilen diese Ausnahme. Okay, super. Ach komm, ich mach das. Ich mach diesen Baum jetzt einfach komplett, bis ich level 50 bin. Na, wir können hier, glaube ich, noch Missionen annehmen, sehe ich gerade. Also, eben Missionen sind immer gut. Ab heute viel Arbeit für dich, mein Freund. Sammel Piraten-Accessoires für Yoko. Hilf dein Kumpel. Du hast Joko getroffen, ja? Er ist ein einfacher Mensch mit sehr großen Träumen. Er möchte ein Sand Pirate sein, weißt du? Er wäre bestimmt super happy, wenn du ihm ein paar Piratenprothesen bringen würdest. Zähne, Holzbeine, Hals, solche Sachen eben. Äh, hä. Was haben wir hier nochmal? Die Vergangenheit begraben? Diese Mission beinhalten Sprengstoff. Meine Urgroßmutter war eine Sandpiratin hier in der Tat. Hey! Aber ich will nicht, dass das jemand erfährt. Ihr altes Schiff liegt gleich vor Oasis. Du musst es versenken und alle Beweise für ihre Untaten vernichten. Hol dir den Sprengstoff, den ich für dich hinterlegt habe. Ah, ja. Die Großmutter. Was haben wir hier noch? Kannst du irgendwann mit deinem Stalker-Problem... Achso. Hey Kammerjäger. Du musst mir helfen. Meine Oma war eine Freundin von Captain Blade, dem Typ mit dem Schatz. Er hat meiner Oma seinen kleinen Stalker hinterlassen, als er starb. Und sie hat sich um ihn gekümmert und so. Aber dann ist sie auch gestorben und hat ihn mir hinterlassen. Aber ich will keinen verdammten Stalker haben. Stalker sind eklig. Sei so gut und kill ihn. Er ist irgendwo in Oasis. Wir können... Wir haben übrigens die Wahl zwischen einem Harpune-Hovercraft, einem Raketen-Hovercraft und einem Sawblick. Ich glaube wir nehmen Harpune. Und... Oh, was, 40.000 Farmen zur Aussage. Ach, nehmen wir so einen Land. So, das sieht gut aus. So, hallo? Kannst du da einfach so drauf springen? Ne. Oh, bin dabei. Wuiiii. Kannst du mal was schießen oder so? Ja, Harpun. Das Ding fährt sich wie eine Enddür... Wie eine Enddürfe auf Eis. Guck mal, was ich für Kurven machen kann. Ja. Und das war übrigens so ein komischer Wurm. Alter, das Ding hat... Einfach mal guck auf die Dingflücke von der Karre. Ja. Also jetzt ist es nicht mehr ganz... So, was gibt's denn hier? Ist ja ekelhaft. Ja, ich muss jetzt leider ein bisschen hier... Ich hab... Ich hab einen Harpunwerfer, weil der macht nur... Was, der macht 12.000 Schaden? Genau. Und du hast nur so ein dämliches Ding hier schützt da drauf? Ist ja langweilig. Ja. Ja. Vielleicht können wir auch ein anderes Schiff nehmen. Haben wir schon mal gucken. Ich fahr jetzt hier einfach... Hat das Ding einen Nachbrenner? Ja, es hat einen Nachbrenner. Die geht irgendwie nicht weiter. Äh... Äh... Ich glaub, müssen wir denn jetzt hier lang verflucht? Nochmal... Hier? Ja, ich bin komplett orientierungslos. Ich hab Pudenwerfer, find ich ehrlich gesagt auch nicht so stark. Also, das sind ja Puden. Hm... Wie kenne ich jetzt einen Huf von dem Berg, oder was? Äh... Ja, also Sandboot fahren ist hier total... Was ist hier für ein Ort? Coastal Caverns. Wie denn hier? Ne, wir müssen noch nicht hin, aber hier gibt's... Nö, hier müssen wir nicht hin. Hier müssen wir woanders hin. Es ist ja noch recht tot aus, die Gegend. Ich denk mal ab, hier müssen wir sowieso... Äh, hier müssen wir absteigen. War ja klar. War ja so klar, dass wir nicht bis ran fahren können. Hm... Dum 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 dum. Oh, guck mal, hier kannst du so ne... so ne Eier abschließen. Hm... Und ich glaub, hier gibt's den ein oder anderen... Ach hier. Du bist schon. Du hast das blöde Vieh gefunden. Gut. Du ist so blöd. Meine Oma hat immer Waisen an ihn verfüttert. Also Vorsicht, weil's deine Eltern tot sind oder so. Kann sein, dass er wittert wenn du ne Weise bist. Was müssen wir denn hier oben hauen? Es gibt so viele von den Füttern. Ich sehe hier, ich hab grad mal wieder nicht gedacht. Ich schieße wieder auf alles. Toll, die Schiefer-Stalker. Die hauen ja alle den Geschütz. Kein Wunder, dass dein Geschütz überlebt, wenn das natürlich von allen Püren gehauen wird. Was ist das? Kann doch das Jungen nicht schießen. Doch! Ist das Schießstand in deinem... Ist das gut? Dann liegt dein Viehstand in dem Geschütz drinne. Ist tot. Du hast Captain Blades der ähmlichen Stalker gekillt, yeah! Gebe dir zum schwarzen Brett, dann bezahle ich dich. Yeah! Na ja, meinst die totalen Geister, die Alter! Wann haben wir das Vieh getötet? Natürlich gibt es, wie es nur, wo meine Kiste ist immer noch. Gut, es wäre ein bisschen vieler, aber ab jetzt, was hast du noch? Schönes Wissenes. Schildbooster? Nee. Hm. Ach. Das ist ja interessant. Das haben sie neu eingeführt. Du kannst jetzt äh... Also im Kampf kannst du wahrscheinlich... Das ist quasi das Gegenstück zu Medipacks, würde ich jetzt verstehen. Dass du halt im Kampf das Ding aufnimmst, dann hast du 25% mehr Schild. Achso! Wer ist ja denn? Aua! Äh, was machst du denn, ne? Ich wollte eigentlich noch mal kurz ein bisschen gucken, wo wir hier sind, aber... Dann wurde ich irgendwie von brutalen Piraten überrascht. Ich weiß ja auch nicht, wie das kam. Wenn du wieder deinen kurzes Geschütz hier umstehen hast. Mann, 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 Mann. Vor allem sind die... Vor allem sind die alle so... Ich hab... Ich hab ja eine Fähigkeit, die es mir erlaubt, mehr Säureschaden zu machen, aber die kann ich irgendwie so richtig zum... Nicht so richtig auspacken, all die weil der Säureschaden halt nicht ankommt bei dem. Also ich muss noch kurz eine andere Mission aktivieren. Die haben wir ja schön. Schön, dass wir die jetzt erledigt haben, aber... Heusters Volley, Mannys Lighthouse, Außerwiff... Ja, was? Verlogensring, auf den Goldzahn gefühlt, sammle Piratenaccessoires... Versenke die Kronos, Feuerwasserbesorgte... Geblendete... Wie viel... Achso, das ist ja die normale. Äh, finde das Schiff der Piratenkühle. Machen wir erstmal die Hauptmission weiter. Meter weit in deine Nacht. Nebenmission können wir immer noch machen. Also ich glaub, die Hauptmission allein soll vier Stunden dauern und mit allen Nebenmissionen hast du halt so zehn Stunden Unterhaltung. Okay. Übrigens haben wir in normalen Borderlands haben wir anscheinend irgendeinen riesengroßen Endgegner übersehen, der stärker sein soll... als eigentlich ein Endkampf, so ein Tentakelvieh. Mhm. Soll irgendwo gewesen sein, ich hab das noch gar nicht weiter praktiziert, wurde mir nur gesagt, dass wir das irgendwie leicht verpasst haben, dass man das irgendwie auch nicht alleine schaffen kann, das Vieh. Das war ganz komisch, also das haben wir irgendwie übersehen, wurde mir neulich nur erzählt. Also wir können jetzt irgendwie der Runterspringer oder zurück zum Auto. Ich bin dafür zurück zum Auto. Jo, ich auch. Naja, ist ja nicht unbedingt ein Auto, aber wie ist schon hier so ein Sandvieh. Hm. Nimm mal das Ding mal Schiff. Das heißt der Skiff, komischerweise nicht sein Schiff. Ich weiß aber leider gar nicht, was die Übersetzung für Skiff ist. Das ist kein Geschütz. Kaputt, der Geschützung. Ich wundere mich gerade. Das ist mein Geschütz, der aber der kaputt ist. Das hat so ein grünes Laserpolter drauf noch. Wunder ich mich, ist mal was das hier für ein schönes Leuchte-Dings. Braucht das noch? Ja, das ist dafür da, um besser zu zielen, irgendwie glaube ich. Guck mal, was da auf dem Radar angezeigt wird. Waaah. Ein Heils Buggy. Ja, es ist ja auch ein Buggy. Also, ähnlich jedenfalls. Quasi ist es ja ein Buggy. Musst du auch mal fahren, die Kiste, die lenkt sich echt wie die Kuh weiß. Ja, das ist ja so quasi so ein besseres Hoverboard. Und dementsprechend hat halt keinen Bodenwiderstand. Wuuu. Ich weiß ja nicht, wie das Ding immer noch aufschlagen kann, aber... Waaah. 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 Achso, hier können wir die Mission abgeben. Machen wir mal kurz. Aber eigentlich sollen wir woanders hin, mal wieder. Wie immer. Wunder ich mich gerade, dass wir keine Piratenteile gefunden haben. Was gibt's denn als Belohnung? Bla, bla, bla. Stalker sind süß und flauschig, wenn sie noch klein sind. Cola. Yippie. Alter ist sie motiviert, die älter. Da, die so droge, die ist äh... keine Ahnung. So müssen wir jetzt hin. Das ist alles nicht so einfach hier oder jetzt hier. Oh, damit haben wir aufgesetzt. Ach, nee, man brauchen wir unbedingt ein anderes Ding. Was anderes Ding. Ach, geschützt man so. Ja. Wir haben auf jeden Fall, hier könnten wir ein neues Ding bestellen. Also sind wir hier richtig? Ach, scheiße, ich bin gerade aussichtigen. Oh. Bist du denn? Warte. Ah. Ja, ich kenne die Piste. Die rutscht den Berg von alleine runter. Das Ding. Achso. Naja, ich bin da. Ah, wir haben anscheinend, äh... Ey, das fragt der Kronos. Wir haben eine Mission. Fällt mir gerade auf. Nein, dann los. Wir sollen das Ding... Ach, scheiße, aber ich glaube wir können nicht, weil wir müssen nämlich eigentlich erst den Sprengstoff holen dafür. Warte. Äh... Die Vergangenheit begraben, nehmen Sprengladung auf. Verflucht! Ja, so. Wir müssen hier gleich nochmal hin. Weil... Prinzip hier sind wir hier richtig, aber leider haben wir den Sprengstoff nicht, die wir da verbrauchen. Okay. Diese Scheiß-Anführer halt einfach flug für ausbrochen, neue Waffe, das bist du nicht. Ich könnte hier einfach mal nach... Scheiß, wir kommen auch gar nicht. Entschuldigung. Oh, was? Ob ich mal einfach ein paar goldene Schlüsselein... einlöse. Man wirst jetzt hier ein Stück und... Ich hab... Ja, äh... Äh, pass auf, da sind wir immer. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aua. Wie ist das eh denn durchaus bewusst? Die machen relativ viel Scham mit dem komischen... Oh, warte. Nee, ich bin da, ich bin da. Du bist nicht da. Ach, Quatsch, erzähl nicht. Ah, okay. Ja. Ich liebe mein Geschütze irgendwie. Ich hab hier Verschleimspuren hinterlassen. Das ist noch so viel. Guck mal, ich hab doch hier... Was für eine Waffe hab ich denn auf der... Ich komm gar nicht klar, welche Waffe ich auf welche Taste hab. Ah, da ist das Gewehr. Ich such die ganze Zeit mal Maschinengewehren, finde es nicht. Oh, das macht aber gar keinen Schaden. Das macht halt keinen Inventarschaden. Das ist echt ein... Standortnachteil. Also, ich hab schon mal gefunden, wo wir drücken müssen. Aha. Aber wir haben leider immer noch keinen Sprengstoff. Und ohne den können wir ja gar nichts machen. Den... Das ist doof. Ja, also... Wie zu planlos vorgegangen. Aber erstmal erkunden jetzt. Das ist eigentlich gleich ein riesengroßer Bereich, mit dem wir hier anfangen. Oh, hast du ne Kiste gefunden? Ja. Das hör ich doch. Da sind ganz viele Waffen drin, die ganz furchtbar scheiße sind. Ich guck das gerade. Ja. Ne, meine Pistoles besser. Hust, hust. Ja, dann können wir quasi weiterfahren, weil ohne Sprengstoff läuft hier eh nix. Ich bin gerade im Moment. Na? Na? So, bin dabei. Ich muss hier eine andere Mission hier, eine Lektion des Scarlet. Muss mir denn nicht hin? Also, sag mal so, die Karre lenkt sich durch. Das besser als die andere. Ich glaube, hier sind doch nicht rausfallen oder? Huh? Gut, hier war schon mal falsch. Äh... Äh... Also, Moment dachte ich gerade die Kiste, wo ich dafür gebaut, um zu fliegen. Hier müssen wir hin. Wir müssen doch hier hin. Kann ich hier gar nicht mit... Du musst nicht ausstecken, oder? Ne, ich habe mich verklickt, glaube ich. Ne, ich kann doch nicht wieder ausstecken. Also... Nimmst du das Auto mit? Ich habe keine Ahnung, was ist jetzt drin? Ja, hast du mitgenommen. Wunderschön. Na gut, dass ich dafür ausgestiegen bin zum Reisen. Na so ein... Das sind ja auch riesengroße Fische. Also, irgendwie ist hier tatsächlich so ein bisschen das Wasser ausgegangen. So einen Weg. Hm? Noch mehr Würmer. Oh, das ist schon Level 35. Ich kann ja auch was zu klug ist, gleich jetzt direkt zu Käptnis Scarlett weiterzufahren. Weil das ist halt die Namensgeberin für dieses DLC... Ne, hier muss ich nicht lang. Komplett bin ich bloß. Na, ich will ehrlich gesagt eigentlich nicht so gerne hin, gleich zum Endgegner. Ne, das ist ja... Ich würde auf jeden Fall erstmal was erzählen mit, äh, kommst hier nicht weiter oder... Der hat uns ja auch gerade angeboten, dass wir mit ihr zusammenarbeiten können. Das ist ja nicht so, dass wir hier gleich, äh, Ende machen können. Erstmal, erstmal gucken, wie die aussieht, was die von uns will. Dann können wir immer noch zigtaus... Oh, hier hinten ist so was Fabrikartiges. Können wir immer noch neben ein bisschen... Da hinten ist super Mats. Ja, hier ist überall was. Was ist denn das da? Hä? Kommt da ein Skiff aus Oasis? Das ist, äh... Okay, tja. Sandman will deinen Teil vom Kompass, du Schlampe! Rück ihn raus! Und ich werde angegriffen. Toll! Wundervoll! Hey, Fremder! Hilfst du mir gegen Sandmans Boobies? Soll nicht dein Schaden sein, okay? Äh, okay. Also ich glaub irgendwie bist du mit deinem Geschütz nicht so wirklich zufrieden. Ne, bin ich auch nicht. Das ist richtig scheiße. Ja, ich hab das gute Geschütz irgendwie drauf, weil ich hab so einen komischen, äh, halt diesen Harfinwerfer. Der auch eigentlich ganz lustig ist. Das ist ja gar kein Schaden. Ich will da auch kommen. Wie getroffen? Äh, wie? Äh. Hat nicht so viel Bumm das Ding. Oh, alle gekillt? Nicht übel! Hober Nator! Dann reden wir über das Geschäft! Wie kommen wir denn da um? Ja, ja, um grad... Äh... Ich will auch so ein riesengroßes Schiff haben, aber... Ja, ne? Vor allem so voll das Piratenschiff. Ein schwebendes Piratenschiff. Ach, hier! Gerade wollte ich mir vom Wunder. Äh? Was denn? Ich kenne hier irgendwie fest. Ja, ich kenne auch grad, es gibt hier Würmer. Ah, ja. Äh, es gibt hier Würmer, wie schon sagte. Sollen sich andere Nasen rum kümmern. Ich bin irgendwie von dieser... von dieser Granate, die ich jetzt hab, irgendwie nicht so richtig überzeugt. Äh, was ist denn hier meine... Oh, Dicker. Was denn? Bist du schon wieder vorgerannt? Ich war noch... Ha, geil, weil das hässliche Vieh ist, äh, gegen unseren... ...Schiffelprall. Äh... Der hat sich damit selbst ausgelischt. War hier umgebrochen. Ach so. Ich glaub nicht, das ist die... Wer ist er denn? Piratenbesatzungsmitglied? Hallo Piratenbesatzungsmitglied. Ich glaub, das Schiff ist jetzt die Basis oder so halt wie die Stadt. Ja. Ja. Was ist los? Hier kam grad relativ viel Geld aus der Truhe raus. Ach so, ja. Wie du schon hier habt. Total. Ich merk... Na, da kommt gleich kein Geld raus. Ha. Ha. Hochinteressant. Was haben wir hier noch? Ja, außer Munition. Also, das sind G-Munitionen, das ist für mich recht wertvoll, weil, äh... Ich ja irgendwie doch relativ viel von den Zeug raushaue, aber sonst... Wo ist denn hier ist Captain Scarlet? Was, er will meutern? Hat grad so rausgehört. Hm. Ich glaub die... Ne, da vorn ist sie auch nicht. Wo ist sie denn hier, verdammte Hacke? Hä? Ja, ich bin ja auch grad nicht... Ja, wahrscheinlich ist sie so oben da, wo man halt so ist, als äh... Captain. Auf der Brücke. Ja, genau da. Würde ich jetzt mal stark vermuten. Ah. Ja. Mit Holzbein. Nicht übergekämpft, du bist ein Kammerjäger, was? Hab noch nie einen von euch getroffen. Die Knarren, die Power, alles sehr beeindruckend. Falls du nach dem Schatz des Sandes suchst, bist du bei mir richtig. Aber, ach, ich bin unhöflich. Hab mich noch gar nicht vorgestellt, passiert mir öfter. Sorry, ich, äh, bin Captain Scarlet. Ah, ja. Wird dir auf jeden Fall in den Rücken fallen. Wer erfreut? Der hat weiße Augen. Hust, hust. Nein. Hat wieviel? Geilbes runterflogen. Ja. Geilbes runterflogen. Ja, ha, 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 ha. Der Sandman hat auch einen. Begib dich nach Hatersvolley, töte Sandman und besorg uns seinen Teil des Kompass. Klingt das gut? Total gut. Warum bringen wir sie einfach um und holen uns dann den anderen Kompass? Ah, hier ist schon mal ein Speicherpunkt. Ich denke mal, das Schiff... Verdammt. Aber hier kann man noch weiter hoch. Oh ja. Warte, wir müssen mal kurz gucken hier, was ist. Warum das... Ist das schön... Stell sich bloß für eine Frage, ist das Schiff denn immer anders und das ist mal... Okay, hier oben ist gar gar nichts. Ach, ein Schnellreisepunkt, ist ja schön. Was ist das hier für ein Hebel? Komm mal, hier ist noch ein Ausrufezeichen. Oh, also wir hätten voll durch den Schiff hochlaufen müssen, weil es gibt hier so ein... Ja, ich wüsste, bin ich schon mitgefahren. Was? Toll. Gut, dass du mir sowas mal sagst. Ich bin ja auch... Welche dummen Leitern hochgeklebt, was echt... Oh, was, wir haben drei... Das stinkt nach Sieg. Mercer hat ein kleines Problem. Der Name ist Schiffpike. Mercer hier. Ich habe gerade einen hammerartigen Fraß aus Sprit und Schuhcreme fertig. Aber keiner kann ihn genießen, solange Schiffspike an Bord ist. Kennst du Schiffspike? Das ist unser Funker. Solltest du dir mal ansehen. Äh, wir sollen also den Funker umnieten. Das können wir ja nicht, glaube ich, schnell machen, oder? Der müsste doch hier eigentlich... Ach so. Der hier. Oh, der sieht wirklich ein bisschen komisch aus. Guck ihn dir mal an. Hm. Also, so ein bisschen. Ich guck ihn mal an. Ich kotze dir Blut in deine Seele! Okay. Okay. Und außerdem stinkt er wie ein ausgekotzter Kadaver. Ich werde Schiffsparkern an die Sandtraupen verfüttern. Aber er stinkt so graus, am dass sie ihn nicht fressen wollen. Wir haben ein paar Gewürze. Wir müssen Chevia appetitlich machen. Äh, hä? Ha, ha. Gell. Äh. Das Problem ist, dass die Würze... Mach mal die nächste Mission. An die... An die Angelegenheit gibt es Deklaration. Ach, ich mach mal an. An den Vollidioten, der gerade in Oasis angekommen ist. Wir halten hier nicht von unabhängigen Schatzsuchern. Wir sind Gewerkschaftsberaten. Wir fallen nicht heraus... Guck mal, ist das so ein Luftding? Unser Gewerkschaft geht nicht. Ja, kann man nicht mit. Ne, geht nicht. Schade. Wir sagen nein, Schatzsucherschwein. Wir sagen nein, Schatzsucherschwein. Wir sagen nein, Schatzsucherschwein. Die machen... Die machen gegen uns mobil. Das... Das gefällt mir nicht. Scoreboot wurde durch Vitamin C-Bangen verursacht. Man kann die Krankheit kämpfen, die man zum Beispiel öfter Orangenhörer trinkt. Das sollte nur einer sagen. Videogames gibt's nicht zu lernen. Geil. Ich bin Möse. Ich muss hier für diese dämliche Crew. Kennst du die zweithäufigste Todesursache bei den Sand Pirates? Scoreboot! Die häufigste sind selbst beigebrachte Schusswunden. Aber dafür bin ich nicht zuständig. Besorg mir Früchte, ja? Ah ja, er möchte also Früchte haben. Das heißt, das war hier mal ein Ozean. Ja, das heißt, das war mal ein Ozean. Ist klar. So, ich glaube, dann können wir... Hier haben wir erstmal alles angenommen, was wir annehmen können. Und dann können wir eigentlich, glaube ich, weiterziehen. Denke ich mal. Das Sand buttesteht auch mal noch da hinten und macht irgendwie lustige... Ich weiß nicht. Irgendwie... Macht halt die Gegend so hin und her. Was... Und jetzt? Blö dominien. No. Was ist das denn hier? Wabo Of Us Sing manera sehr... 7000 Schadengranaten. Zündungszeit 0,1 Sekunden erzeugt eine blablabla... Warte. Ich muss mal kurz testweise werfen, das Ding. Die sieht irgendwie witzig aus. Ähhhhh? Wo ist das denn hier? 7000 Schaden ist natürlich... Nein? Das ist einfach nur ist nicht symptomatisch. als meine aktuelle hat soo dumm 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 Nein, ich bin runtergefallen Öh, du bist auch ruhig Ja, ich bin da zum Autorweiter, ich will die nur kurz zum Sandwurm anlocken, weil ich kurz was Hallo? Sandwürmer? Ich wollte meine Granate ausprobieren Ja, muss mal rüberkrabbeln über so'n Ding hier Oink, oink Guck mal, komm mal zu mir Ja, ich seh'n ja schon, ich renne, ich komm ja nicht Oink Nein, da ist auch eine Sandbomb Ich krieg sie hier Ja, das funktioniert gegen diese Sandwürmer nicht so gut, die Bombe, weil die Weil die können nicht herangezogen werden Das ist ja, die Granate baut ja darauf, dass die Jemanden Hallo? Die baut ja darauf, dass die Gegner zu das Ganze dann explodiert und dann halt ihren Schaden macht, das ist ja super Das funktioniert leider nicht, wenn die Würmer die können nicht angezogen werden Öh, cut